Musik 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 Wo ist denn nur der Kasper? Ich kann nicht einkaufen. Hallo Herr Sorgi, weißt du wo der Kasper ist und was hast du da? Alle Läden haben zu. Ich kann nicht einkaufen. Das Schloss ist geschlossen. Das Schloss ist geschlossen. Hugo, hast du den Kasper gesehen? Kasper, Laster, Pflaster. Meine Rüstung rostet. Meine Rüstung rostet. Oh weh, oh weh. Haben etwa alle Corona? Ich werde sie schon noch erwischen. Hilfe, Hilfe, Corona. Jetzt haben wir dich. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Hilfe. Prinzessin, Prinzessin, wach auf. Du siehst ja ganz erschrocken aus. Was ist denn los? Oh Kasper, du. Ich habe schlecht geträumt. Ich habe dich gesucht. Und dann kamen Hugo, der Ritter und Herr Sorgi. Alle hatten einen Virus im Arm. Und dann wollte mich das Corona anfallen. Ach Prinzessin, das muss ja ein schlimmer Traum gewesen sein. Ja Kasper, ich bin immer noch ganz erschrocken. Dagegen weiß ich was. Wir müssen dich ablenken und was Schönes machen, damit du den Traum wieder vergisst. Guten Tag. Ja, hallo Herr Sorgi. Wohin des Weges? Ich muss die Papprollen vom Klopapier in den Papiercontainer schmeißen. Herr Sorgi, ich habe geträumt, dass du krank bist. Wie du siehst, bin ich ganz gesund. Ich muss jetzt aber weiter. Halt mal, halt mal. Ich habe da eine Idee. Wir können tolle Sachen mit diesen Papprollen basteln. Oh wie schön. Das wird bestimmt sehr lustig. Also Herr Sorgi, verteile doch bitte mal diese Rollen an den Ritter und an das Gespenst. Eine behältst du und eine bekommt die Prinzessin. Und eine ist für mich. Und jetzt? Komm mal mit. Ich sage euch dann, was wir damit machen. So, da wollen wir doch mal sehen, ob das auch geklappt hat. Prinzessin, kannst rauskommen. Da bin ich. Wie gefall ich dir, Kaspern. Sehr schön. Dann bist du heute unser Goldperlchen. Ritter, wo bleibst du? Da bin ich schon. Wie witzig. Du bist ja dann der Ritter Flitterglitter. Ach Hugo, ich begrüße den großen Häuptling. Federvieh. Herr Sorgi. Ich komme schon. Aber ich kann gar nichts sehen. Ich habe vergessen, mir ein Loch in die Maske zu schneiden. Ach Herr Sorgi, du Trantüte. Na, du bist jetzt der Supersorgi. Ja. So, und wisst ihr was? Wenn alles vorbei ist mit Corona, dann machen wir einen richtig tollen Maskenball. Oh, ein Maskenball. Dann kommt mal. Ha, Überraschung. Ich habe ja auch noch eine Maske. Aber ich habe noch keinen lustigen Namen. Wisst ihr was, Kinder? Denkt euch doch mal einen Namen für mich aus und schickt mir eine E-Mail. So, liebe Kinder. Das war's erst mal. Wir alle hier möchten uns bei euch fürs Zuschauen bedanken. Und bald sehen wir uns in echt wieder im Kulturzentrum Starken. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Untertitelung des ZDF, 2020